Du fragst dich sicher, was mache ich hier? Aber ich frage mich, was du dort gemacht hast. Wo gehst du hin? Nach Hause. Liebling, noch ein paar Monate, dann bist du uns alle los. Du kannst reisen, dein eigenes Geld verdienen, alles machen, was du willst. Warum bist du immer so wütend? Er sagt, dass du ein sehr kluges Mädchen bist. Abi-Prüfungen. Muss ziemlich hart sein. Scheiße, was machst du da? Verhalt dich normal. Was soll denn das? Du wirkst wie ein Fanatiker mit deinem Scheißverhalten. Hast du damit was zu tun? Allah-u-Akbar! Hör jetzt auf mit den willkürlichen Zitaten. Sieh den Koran als Ganzes. Ich muss hier weg. Du bist nicht mehr meine Tochter. Herr Jota, wie sind deine Pläne? Nee. Ich mach mich. Untertitelung des ZDF, 2020